In diesem Video geht es um Athena. Ich erzähle dir alles über eine der bedeutendsten Göttinnen der griechischen Mythologie. Athena ist eine der bedeutendsten Göttinnen in der griechischen Mythologie. Sie ist als Göttin der Weisheit, Kriegsführung, Kunst und Handwerk bekannt und wird oft mit einem Schild und Speer dargestellt. In vielen alten Geschichten spielt sie eine zentrale Rolle, da sie sowohl als Beschützerin der Helden als auch als Unterstützerin der Zivilisation betrachtet wurde. Athena ist die Tochter von Zeus, dem obersten Gott, und Metis, der Göttin der Klugheit. Ihre Geburt war ungewöhnlich. Nachdem Zeus eine Prophezeiung gehört hatte, dass ein Kind, das von Metis geboren wurde, stärker sein würde als sein Vater, verschlang er Metis. Später entstand Athena vollständig bewaffnet aus Zeus' Kopf, nachdem Hephaistos, der Gott des Feuers und der Schmiedekunst, seinen Kopf auf Anweisung von Zeus aufgespalten hatte. Athena war nicht nur eine Kriegergöttin, sondern auch eine Beschützerin. Sie war die Schutzgöttin der Stadt Athen, die nach ihr benannt wurde. Sie soll der Stadt das Geschenk des Olivenbaums gebracht haben, eine Pflanze, die für ihre Nahrung, Öl und Holz bekannt ist. In der Mythologie wird oft beschrieben, wie sie Helden wie Odysseus oder Perseus auf ihren Abenteuern beistand. Obwohl Athena die Göttin der Kriegsführung war, förderte sie nicht sinnlose Gewalt oder Brutalität. Stattdessen symbolisierte sie die strategische Seite des Krieges. Sie wurde verehrt als eine Göttin, die kluges Vorgehen, Planung und Strategie im Kampf förderte. Ihr wird oft Weisheit, Mut und Inspiration zugeschrieben, insbesondere in schwierigen Situationen. Athena war auch die Göttin der Künste und des Handwerks. Sie soll viele Techniken an die Menschen weitergegeben haben, darunter das Weben und das Töpfern. In einigen Geschichten wird sie sogar als die Erfinderin der Flöte beschrieben. Sie ist oft mit der Eule, einem Symbol der Weisheit, und dem Olivenbaum, einem Symbol des Friedens und des Wohlstands, dargestellt. Athena ist eine faszinierende Figur in der griechischen Mythologie. Sie ist nicht nur eine Kriegergöttin, sondern auch eine Förderin von Weisheit, Kunst und Zivilisation. Sie steht für eine Vielzahl von Aspekten des menschlichen Lebens und ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die alten Griechen versuchten, die Welt um sie herum zu verstehen und zu erklären. Durch das Studium von Athena können wir viel über die Werte und Überzeugungen der alten Griechen lernen.